ja und somit ein recht herzliches willkommen zu diesem ganz kurzen ankündigungsvideo heute abend ein livestream von detroit become human los geht's entweder kurz vor zehn oder kurz vor elf je nachdem ich habe noch eine kleinigkeit zum tun auch entweder mache ich das vor oder nach ein livestream weiß ich nicht genau wie sich ausgeht aber für euch gleich als info kurz vor zehn oder kurz vor elf kann im bereich so zwischen halb und halb zehn und zehn oder halb elf elf da in der gegend wird es ungefähr dann losgehen für ein stündchen eineinhalb stündchen zocken wir ein dieses ankündigungsvideo ja jetzt kann ich dann auch schon sagen morgen geht es dann auch mit einem livestream weiter bei detroit become human außer wir kommen heute schon ins finale aber das glaube ich nicht das nur das kleine info also jetzt zwei tage auf jeden fall hier zweimal der livestream morgen wahrscheinlich sogar eine spur länger unter umständen in diesem sinne noch einmal recht herzlichen dank für eure aufmerksamkeit das war nur ein kleines info video für euch für den livestream wir sehen uns wer dabei sein will bis dann ciao